Ich glaube, keine Sprache eignet sich, um in eine andere Übersetzung zu werden. Also was am häufigsten vorkommt, also ich glaube, am häufigsten, bei Dostoevsky wird gegangen und gesprochen. Wobei, also der fünfte Stock, also zumindest der dritte Stock und die Treppe und der Turm und der Rand eines Abgrunds eine ganz große Rolle, bei Dostoevsky spielen. Aber es wird gegangen, es wird eigentlich, es wird geflogen. Er braucht das, um zu fliegen, um abzuspringen, ein Gefühl. Oder die Höhe hat auf ihn einen Sog und so. Das hängt aber mit den Charakteren dann zusammen. 1796, Novalis in dem Brief an Schlegel, anlässlich der Hamlet-Übersetzung. Am Ende ist aller Poesie Übersetzung. Und wenn man unter Poesie Kunst versteht, wie Schlegel das verstanden hat, dann muss man sagen, am Ende ist jede Kunst Übersetzung. Denn die Musik oder die Sklaven von Michelangelo, das sind alles Übersetzungen. Der Fluch dieses Geschäfts ist, dass der Leser niemals mit dem Text Auge ins Auge ist. Also ich bin immer dazwischen. Und ich bin 23 geboren, bin unter bestimmten Bedingungen aufgewachsen, finde bestimmte Dinge schön und andere Dinge nicht schön. Und das fließt natürlich in die Übersetzung mit hinein. Verbrechen und Strafe fängt an mit einer sehr typischen Gäste. Ein Mensch geht die Treppe runter und tritt auf die Straße. Und das ist ein sehr langer Satz. Und als ich nach Deutschland kam, und nun, dass der Jewski in Übersetzungen vor mir hatte, staunte ich immer und habe diesen ersten Abschnitt immer wieder verglichen. Weil die Eltern, also die Eltern in Übersetzungen, ganz logisch dachten und sich sagten, ein Mann kann nicht aus der Kammer im fünften Stock auf die Straße treten. Und nun, im Süddeutschland sagt man sich verkünstlichen, und da habe ich mich also da sehr angestrengt. Und habe die Struktur dieses Satzes behalten. Und bei mir tritt Raskolnikov, ein junger Mann, tatsächlich, also wir wissen noch nicht, dass es Raskolnikov ist, auf die Straße. Und eines Tages, da war schon der Idiot, glaube ich, da, oder was, hatte ich einen Kurs in Aachen. Und habe diesen ersten Satz gebracht. Und plötzlich meldet sich einer der Teilnehmer und sagt, aber das ist doch die Treppe. Der ganze Satz ist die Treppe. Und tatsächlich, dieser Satz geht runter, bis auf die Straße. Und das ist eine Serie von Stufen. Ich wusste das selber nicht. Aber es stimmt. Und da ist eben, das ist die große Versuchung für den Übersetzer, deutlicher zu werden, als der Autor ist. Und das darf nicht sein. Übersetzen ist an sich ein Verlust. Wenn man den Kopf verloren hat, braucht man der Mütze nicht mehr nachweinen. Verstehen Sie, es ist, Übersetzen geht es nicht. Und keine Übersetzung ist ein Doppelgänger des Originals. Und das ist das Wehe und das Glück eines Übersetzers. So ist es. Man kann keinen Doppelgänger schaffen in einer anderen Sprache. Das ist unmöglich. Und ich sage ja, aber wenn man das weiß, und der Kopf sozusagen ab ist, dann kann man an den einzelnen Worten nicht mehr trauern. Sonst kann man das überhaupt gar nicht machen. Und an den Brüdern Karamazov jetzt habe ich mir etwas unglaublich Freches geleistet. Ich konnte ja nun den Titel nicht ändern. Also ich hätte ja so gerne den Titel, ich konnte den Titel nicht ändern. Aber da gibt es ein Buch und dieses Buch überschrieben mit einem Wort nach drüben. Und ich habe seit 20 Jahren darüber nachgedacht und habe in der Akademie der Wissenschaften, wo war ich eingeladen und habe darüber gesprochen und in einem internationalen Dostoyevsky Kongress in Amsterdam und ich habe diesen Neologismus eingeführt. Da steht Törden, man drüfft. Das ist die bewusste Selbstzerstörung als eine Möglichkeit der Freiheit. Im Grunde dieses Wortes liegt das Wort Rvaj, reißen. Oder kotzen. Reißen können Sie eigentlich nur faseriges Gewebe. Also Eisen können Sie nicht reißen, Holz, Reiß, aber das ist eine Metapher. Und wenn Sie reißen und die Spannung bleibt, es macht nicht also krrrr bis nach unten, sondern die Spannung bleibt. Das ist eine Dravati. Und das ist ein, ich sage, in der Physiologie ein Ausdruck, das ist, wenn man einen Bruch bekommt. Und das finde ich so interessant, wenn bei Ihnen im Bauch das Gewebe auseinander geht und das, was darunter ist, ein Darm oder was, wie so eine Faust da rauskommt, haben Sie einen Bruch. Und ich sage, ja, na drwalas, um ja grüsche, na drwatze. Das heißt, eine übergroße physische Anstrengung, die also eine physiologische Folge haben kann. Es ist ausgeschlossen, dass Dostoevsky bei seiner Art zu schreiben, sorgfältig die Worte anbracht, an bestimmten Stellen. Es ist wie mit 42 Fieber. Er hat die Worte bestimmt nicht platziert. Wie sind sie? Wie kommen die an ihr Stellen? Das ist eine Frage. Ich muss verstehen. Auf irgendeine Weise muss ich das Sinnwidrige oder das Sinnvolle eines Wortes im Abstand von 200 Seiten die Wiederholung einsehen. Denn wenn ich aus dem Bauch mache, ich weiß es nicht, wahrscheinlich mache ich es nicht aus dem Bauch. Deswegen halte ich nichts davon, dass man ein Künstler ist. Also ich glaube nicht, die Übersetzung muss ein Goldschmied sein oder irgendwas mit Mikroskop arbeiten oder so. der Anteil des Bewusstseins muss sehr groß sein. Und das ist natürlich, das kann man in der modernen Gesellschaft überhaupt nicht erwarten, dass der Übersetzer in der Lage ist, im Abstand von 180 Seiten etwa ein Wort zu erhalten. Ich weiß es nicht. Also was weiß ich, ich habe blaue Augen, macht das mich glücklich? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich habe Sommersprossen, das macht mich nicht unglücklich. Ich weiß es nicht. Also ich kann irgendwas ohne nicht.